Ach du Scheiße. Ich sage Ihnen, ich habe so etwas noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Das ist das Verrückteste, das ich je erlebt habe. Alles in Ordnung? Elf fucking Millionen Dollar? Was machst du damit? Holst du den Ferrari? What the fuck? Oh, keine Schimpfwörter. Baby an Bord. Oh. Hey, was geht Freunde? Roaring Kitty hier. Ich suche mir eine Aktie raus und sage euch, ob die interessant ist. Und diese Aktie ist... GameStop. Ich liebe den Typen. Retail-Trader sind bei GameStop eingestiegen. Die denken, das wäre eine gute Investition. Wie es aussieht, gibt es da einen, der die Käufer antreibt. Wer ist dieser Volltrottel? So blödes Geld, Mann. Ich nehme es gern. Die Wall Street wettet darauf, dass diese Firma pleite geht. Und wenn das passiert, machen diese Hedgefonds-Arschlöcher einen Haufen Geld. 70.000 Menschen haben dieses Video gesehen. Roaring Kitty, ich liebe dich! Wenn er dabei ist, bin ich's auch. Ist er dabei, bin ich's auch. Die GameStop-Aktien schießen in die Höhe. Die Aktie geht durch die Decke. Wenn's so weitergeht, kaufe ich dir eine Villa. Aber trinken wir. Mein Bruder ist ein fucking Nerd. Die Wall Street muss das doch sehen, oder? Ach, du Scheiße. Oh, shit! Sie sollten sich lieber einwählen. Ach, du Scheiße. Haben Sie einen Moment? Ich, äh... Ähm... Babe, wie viel haben wir heute gemacht? Fünf Millionen. Wie viel haben wir heute verloren? Eine Milliarde. Und gestern? Vier Millionen. Und gestern? Eine Milliarde. Babe? Ja? Wir sind scheißreich. Das sind Geldsäcke, die sich gerade voll in die Hose pissen. Die werden dich jagen. Wir müssen über die GameStop-Situation sprechen. Retail-Trader. Frillian-Antaline. Sie werden vorgeladen. Die Wall Street hat betont. Überraschung, Überraschung. Du musst aussagen. Vor dem Kongress. Das Spiel hat sich geändert. Wozu ein Rennen gewinnen, wenn dir dann irgendein Idiot den Preis klaut? Viele Menschen glauben, das System sei kaputt. Der Grundgedanke des Aktienmarktes ist, dass man, wenn man schlau ist und ein wenig Glück hat, reich werden kann. Aber jetzt nicht mehr. Es gibt keine Hoffnung für den kleinen Mann. Scheiß, die Wandern! Aber vielleicht gibt es sie jetzt. Fuck yeah! Fuck yeah! Das war's für heute.